Bei dem ersten neuen Daily-Disney-Song haben wir uns bei einem sehr neuen, modernen Disney-Film bedient. Und zwar bei dem Film Vajana. Wer von euch kennt nicht Vajana? Einmal aufzeigen, bitte. Das sind immer ein paar Leute. Ich erkläre euch einmal ganz kurz, worum es geht bei Vajana. Also, bei Vajana geht es um Folgendes. Bei Vajana, da ist so ein Mädchen, die ist auf einer Insel. Die muss weg. Und dann kommt die wieder. So. Ja, sehr treffend zusammengefasst. Habe eigentlich nichts ausgelassen, würde ich sagen. So, und bei Vajana haben wir uns jetzt bei einem Thema bedient. Das durften wir alle, Gott sei Dank, letztes Jahr im Sommer wieder so in vollen Zügen genießen. Es geht um so große Saalbetrieb-Veranstaltungen. So Familienfeiern mit mehr als 50, 60, 70, teilweise 100 Leuten. Und ich rede von so Veranstaltungen, wo so ein DJ mit so einer Lichtanlage steht. Wisst ihr, sowas meine ich. Das haben dann immer das Bild, das kennen die meisten Leute. Und da gibt es immer eine Situation, die wir besingen wollten. Und weil sie einfach Jan und mir sehr explizit aufgefallen ist. Das haben wir aus Vajana gemacht. Ganz viel Spaß. Wieder zieht es mich zu dir auf dieser Hochzeit. Musst es passieren, dass ich schwach werd. Oh, ich bin doch auf Diät. Ich würd' mich gerne viel mehr beherrschen. Doch schon wenn Dinge einfach dastehen, weiß ich genau, wie das ausgeht. Nach der Ansprache von dem Hochzeitspaar setzen Tisch für Tisch alle sich in Trab. In der Schlange schon lockt der Bratenduft. In der Schlange schon lockt der Bratenduft. Die Diät ist futsch. Denn ich seh' das Buffet. Es ist warm und es ruft mich. Ein Teller reicht. Es werden mindestens zwei. Da sind Bohnen mit Speck, wo die Schnitzel verschwinden. Bevor für mich nichts bleibt. Nehm ich besser gleich drei. Und vom Kinderbefet klau' ich mir die Kroketten. Da kommt der dritte Basen. Vom Kartoffelgraten. Der vierte Teller ist voll. Doch egal, einer geht noch. Und dann ich seh's. So soll er n' dichs. Ich will mehr vom Dessert. Oh, der Zuckerschock ruft mich. Dann fällt der Satz. Für heiß ist immer noch Platz. Auch das Tiramisu, es scheint mich anzugrenzen. Egal, ich stupf. Bis mir platzt der Knopf. Und ich freu' mich schon aufs Mitternachts-Buffet. Und ich freu' mich schon aufs Mitternacht. Vielen Dank.